Auch Statistik ist einfach. Eigentlich ist alles immer einfach. Naja, schaut euch mal diesen Satz an. Wasser trinken ist tödlich, denn 100% aller Menschen sind daran gestorben. Naja, so kann man Statistik auch auslegen, aber das ist Blödsinn. Weshalb Statistik einfach ist und weshalb man so mit Prozentwerten arbeitet, damit man es vergleichen kann, das wird alles erklärt in den Videos. Ich habe dieses als Trailer gemacht und rede deswegen so viel, damit alle sich dann hier diese entsprechenden Links dazu angucken können. Schaut auch immer hier oben rein. Hier werden auch, wenn das I hier erscheint, werden auch irgendwelche Möglichkeiten sein, noch weiterführende Links zu finden. Also, ich wollte das nicht nach Klassenordnen alles, sondern ganz einfach nach Themen. So, na denn, ich hoffe, ihr habt es dann verstanden, denn bisher haben es alle verstanden. Und wenn ihr euch darüber freut, dass ihr es verstanden habt, dann ist das für mich der größte Lohn. Gut, ich wünsche viel Freude beim Verstehen.